So, guten Morgen. Guckt euch das an. Richtig geile Fische. Richtig guter Besatz. Flitzeblank. Alle Flossen dran. Also Premium-Fisch. Richtige Größen auch dabei. Hier gibt es Fisch. Das ist der Norden. Herrlich. Wir sind eisfrei. Kann hier also weitergehen. Ganz normal. Eine ist da noch. So. Dann bis später. Hier geht es natürlich weiter. Guck mal an. Richtig geil. Alles dabei. Gold. Ab morgen. Ab morgen Bachforellen. Also mehr Fisch geht definitiv nicht. Da gehen sie ab. Herrlich.